Mein Name ist Birgit Perl, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen im Namen des Lebensministeriums. Das ist eine Auszeichnung Nummer 1 Prädikat, dass Sie Vorreiter sind, dass Sie sich mehr antun als andere. Alle Achtung, dass Sie hier mehr tun als üblich ist und ich hoffe, dass es sich Ihnen auch positiv auswirkt. Jetzt will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich sage mal danke, meine Herren. Ich behalte mit dem Herrn Minister an meiner Seite eine Verdichtung des Fahrplanangebotes kommen, ergänzt mit Anrufbussen, die zu den touristischen Highlights führen sollen. Außerdem wird ein Elektrofahrrad und auch ein Bikeportverleih eingerichtet, der mit klassischen Mountainbikes und Fahrrädern ergänzt werden soll. Und auch hier setzt man auf die autofreie Anreise Es hat allemal Sinn, Energie vernünftig zu verwenden, Ressourcen nachhaltig zu bewirtschaften. Sie praktizieren das, sind das gute Beispiel. Ich wünsche Ihnen wirklich viel, viel wirtschaftlichen Erfolg oder mit Ihren Initiativen viel Erfolg. Herzlichen Dank. Danke, Herr Minister. Jetzt haben Sie da schon mal drauf gestanden. Danke, Herr Minister. Vielen Dank.